Ich begrüße euch in meinem Tageshoroskop am 21. Juli 2017. Mond befindet sich gerade in Tierkleidzeichen Zwillinge und hat eine Verbindung zum Polarstern. Die Polarstern im Stammwirt kleinen Bär oder kleine Wagen dient im Nordhalbkugel zum Orientieren. Und das ist die Botschaft für die heutigen Tagorientierung, aber konzentriert auf eine Richtung schauen und Ziele setzen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkleidzeichen? Im Tierkleidzeichen Zwillingsgeborenen ist etwas in Bewegung. Kleinere Veränderungen sind möglich bei den Zwillingsgeborenen. Die Zwillingsgeborenen brauchen gerade die Orientierung, auch Klarheit oder Zielsetzen. In welche Richtung soll es weitergehen? Wichtige Lebensbereiche sind die Liebe, Partnerschaft, Freundschaften, Bekanntschaften, Vereine oder eine Partei. Was die Liebe Partnerschaft betrifft, da fühlen sich die Zwillingsgeborenen etwas unsicher. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von der Vergangenheit und das Blicken bringt die Zwillingsgeborenen ein bisschen durcheinander. Die Tierkleidzeichen Krebsgeborenen brauchen auch Orientierung und auch Klarheit. Sie vorbereiten gerade etwas. Noch nicht Handeln, das ist nicht die richtige Augenblick. Es kann auch bedeuten, dass es ein unangenehmes Gespräch ist mit dem Vater oder mit dem Chef. Also diese Spannung ist gerade spürbar bei den Krebsgeborenen. Kann auch bedeuten, dass es etwas noch unklar, undeutlich erscheint. Und es ist wichtig, momentan bei den Krebsgeborenen etwas noch reifen lassen. Zurückhaltend sein. Abwarten, bis das alles sich klärt oder etwas sich beruhigt und dann handeln. Im Diktierkreis zeichnen Löwengeborenen ist gerade ein Aufstieg. Viele Löwengeborenen ist auch eine Selbstdarstellung. Die Löwengeborenen haben neue Möglichkeiten. Die bekommen eine Nachricht und es kommt plötzlich, unerwartet. Öffnen sich aber die Möglichkeiten dadurch. Bei Löwengeborenen kommt auch einiges in Bewegung. Und die nächste Zeit ist diese Bewegung da. Das kann auch Sport sein, das kann auch ein Auto sein. Aber bedeutet auch bei einigen Löwendamen eine neue Begegnung. Und die nächste Türkreis zeichnen sind die Jungfraugeborenen. Die Jungfraugeborenen sind emotional etwas durcheinander momentan. Sie brauchen aber die Sicherheit, Stabilität. Das wird sich ab morgen schon beruhigen. Was wichtig ist momentan bei den Jungfraugeborenen, die Werte. Auch das eigene Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Und das Selbstwertgefühl und die Finanzen hängen energetisch Hand in Hand zusammen. Die Türkreis zeichnen Wagengeborenen, fühlen sie sich befreit. Sie haben wieder Kraft und Mut. Sie haben auch Glück, gerade auch im Bereich Liebe, Partnerschaft. Und es ist wichtig auch zu erkennen, sie bekommen langsam die Mut, die Kraft, die Sicherheit, die Stabilität. Und sie bewegen sich gerade in einem stabilen Boden. Die Türkreis zeichnen Skorpiongeborenen, fühlen sich im Augenblick kraftlos, müde und erschöpft. Was die Skorpiongeborenen Kraft gibt, das ist die eigene Zuhause und die Familie. Und da können sie etwas bewältigen oder verändern. Die wohnliche Situation verändern oder eine neue Einrichtung oder ein Umzug. Also bei vielen Skorpiongeborenen bringt Glück, wenn sie jetzt mit der wohnlichen Situation oder mit Immobilien beschäftigen. Die nächste Türkreis zeichnend sind die Schützengeborenen. Die Schützengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Es ist alles in Bewegung. Und auch in die nächste Zeit bewegt sich einiges bei den Schützengeborenen. Die Bewegung, das kann auch Sport sein oder ein Auto. Also bei vielen Schützengeborenen wird das auch ein Thema sein. Nicht nur heute, sondern auch in der nächsten Zeit. Kind zu sein ist auch eine wichtige Erkenntnis momentan zu den Schützengeborenen. Weil sie brauchen gerade diese spielerische Art, diese Leichtigkeit. Aber nicht kindisch zu sein und alles glauben, was man erzählt. Also auch ein bisschen achtsam sein. Und was noch wichtig ist bei den Schützengeborenen, die Orientierung, Ziele setzen und konzentriert in Kraft bleiben. Die Türkreis zeichnend Steinbockgeborenen sind zwei Themen wichtig. Das ist die liebe Partnerschaft. Da fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas unsicher. Bei einigen Steinbockgeborenen ist jemand von der Vergangenheit und es ist wieder die Verbindung da. Und da fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas unsicher. Sollen sie den Kontakt pflegen oder lieber das beenden. Die anderen Themen, was auch wichtig ist in die nächste Zeit bei den Steinbockgeborenen, das ist die berufliche Situation. Sie möchten, dass Stabilität und sie möchten in die berufliche Situation in Ordnung zu bringen, etwas verbessern oder beruflich verändern. Die Türkreis zeichnen Wassermanngeborenen ist die wichtige Thema, die Liebe. Und die haben gerade die Möglichkeiten und die Chancen und sie spüren auch diese Leichtigkeit. In Umgebung ist Spannung da. Aber das trifft nicht direkt die Wassermanngeborenen. Was wichtig ist, die Kommunikation, die Bewegung. Es kann sein, dass die Wassermanngeborenen haben Erwartungen, dass jemand von Vergangenheit meldet. Besser wäre aber, wenn die Wassermanngeborenen selbst Schritte machen und auf jemanden zuzugehen, eine Person von Vergangenheit, weil das hat gerade eine Bedeutung. Die Türkreis zeichnen Fischengeborenen, fühlen eine gewisse Spannung heute. Ab morgen verbessert sich das alles, bekommt alles in Fluss und beruhigt sich das. Bei vielen Fischengeborenen ist ein wichtiges Thema die Reise. Es kann ein Urlaub sein, aber es kann auch eine innere Reise sein. Viele Fischengeborenen haben auch neue Ideen oder interessieren sich für etwas und sie lernen etwas Neues. Sie sollen im Augenblick um die Finanzen kümmern und es in Ordnung bringen. Und ab morgen kommt auch finanziell etwas im Fluss. Die Türkreis zeichnen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema Beruf und Berufung und die Wiedergeborenen haben gerade Umbrücke. Die haben auch wieder die Kraft und den Mut etwas Neues zu beginnen. Und die Möglichkeiten sind da. Eine gute Nachricht ist auch zu erwarten oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Und liebe Partnerschaft haben auch Glück, die Wiedergeborenen. Trotzdem ist noch eine gewisse Spannung da. Das kann der Vater sein oder ein Vorgesetzter sein. Und das ist nicht einfach zu bewältigen. In der nächsten Türkreis zeichnen sind die Stiergeborenen. Und hier ist auch ein wichtiges Thema die berufliche Situation. Und das möchten die Stiergeborenen gerade in Ordnung zu bringen. Und jetzt haben die Möglichkeiten im Beruflichen etwas zu verbessern oder beruflich verändern. Und diese Neuorientierung, was die Mondenergie gerade vermittelt, das gilt für uns alle. Auch für die Stiergeborenen. Und einige sollen sich vielleicht mal beruflich neu orientieren. Die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen der Dera Susanna Medici.